Mh, Schokolade. Hallo, na? Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ey, ich hab eben Crispy Chicken gegessen und jetzt kommt der Heide mit Schokolade. Ich hab grad ne Milchschnitte gegessen und hab jetzt Doppelkekse hier stehen, weil ich echt noch nichts gegessen habe. Was, du isst deinesgleichen? Ach, du meinst, ich bin dann Doppelkekse, weil ich so ne dicke Prinzenrolle habe? Ey, in jeder Folge macht ihr heute ne perverse Anspielung, ihr Schweine. Natürlich! So, auf jeden Fall hatten wir auch was... Wann die Flinte oder was? Was? Die Flinte bremle. Genau, das passt aber irgendwie zum Thema. Denn wir wollten mal probieren, das haben viele in die Kommentare geschrieben, wir sollen nochmal... Oh, ich bieg falsch ab. Zwei Düsenjets nebeneinander, beziehungsweise mit den Ärschen aneinander stellen. Ja. Und dann hier hoch geht's. Ah, jetzt hat er mir eine andere Route gegeben. Alter Schwede! Das tat weh. So auf jeden Fall... Ich dachte, es kann die Reshi fahren, da kann ich mich aufs Quatschen moderieren. Äh, könntest du... Aber bitte, bitte. Leute. Ja, mit den Ärschen hintereinander stellen, beziehungsweise mit den Ärschen zueinander und uns dann dazwischen werben, weil dann werden wir angeblich von den Düsen hin und her geworfen wie ein Ping-Pong-Ball. Ohhhh. Geil. Finde ich super. Das klingt ja supergeil. Das möchte ich erleben. Willst du das nochmal genauer erläutern, lieber Gregor? Ja, also wir holen uns zwei Düsenjets und stellen die mit den Düsen gegeneinander und in der Mitte wird man wie ein Ping-Pong-Ball hin und her geworfen. Wo hast du das denn gesehen? Möchtest du das genauer erläutern, lieber Sarraza? Ja, und zwar müssen wir dazu... Erklär nochmal, ich hab's nicht so verstanden. Was sollen wir machen? Und dann natürlich noch irgendwie Düsenjets organisieren, was gar nicht so easy sein dürfte. Ja, was machen wir denn mit den Düsenjets? Die stellen wir mit den Ärschen aneinander quasi. Ja. Und springen in die Düse rein. Und was passiert dann? Dann sollen wir wie ein Ping-Pong-Ball hin und her geschmissen werden. Aber wir das mit den Düsenjets machen. Mit Düsenjets. Die holen wir und stellen die mit den Ärschen aneinander und dann springen wir in die Düsen rein. Wer's noch nicht verstanden hat, wir erklären's nachher natürlich nochmal. Aber dann ist man ja auf retardedpeople.com. Oh mein, oh mein, oh mein, oh mein, oh mein, oh mein, oh mein. Ja, und jetzt ab zum Militärflughafen. Ich hoffe, wir kriegen da echt so ein Ding überhaupt. Das ist natürlich nicht so eine Sache. Oh, ein Ding! Ding Dong! Hier ist Hector! Klingelingeling. Kennst du Hector? Inspektor Hector? Na. Hector von Handbrake. Hector 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 Hector. Ding 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 Ding. Sag mir was, ja, sag mir was. Der gute Onkel, ne? Ja. Der Hector ist super. Ding 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 Ding. Der macht auch Let's Plays. Der macht den, der, der macht den GTA-Song, wo du in der letzten Folge immer meintest. Ding 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 Ding. DJ Hector. Wie heißt der Hector eigentlich mit Nachnamen, Tobi? Komm, querfeldein, sonst ist es nicht lustig. Talamanca! Talamanca! Oh, oh nein! Was denn? Huch! Ding Ding Ding, Tobi ist abgestürzt. Boah, Alter. Boah, wie geil das aussah, ohne Scheiß. Mein Auto lebt doch zum Glück, ey. Wenn ihr auch glätft, wählt ein. Ja, fasst ins Wasser rein. Ja, bei mir ging es gut. Oh, 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 oh. Guck mal hier! Ach was, ach was. Oh, 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 oh. Der ist sehr gut. Oh, 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 oh. Tobi? Tobi? Ja? distract mich mal was, worauf ich nur mit Ja oder Nein antworten kann. Magst du Pommes? Ding! Warte, ich hab ne Frage. Ok. Ja, ich hab ne Frage. Ding! Kriegst du bald in der Live-Show Wackelpony auf den Kopf. Ding, Ding! Zweimal Ding als nein. Ach Leute, seid doch gemein. Alle, die das unterstützen, haben einen kleinen Pippelmann. Pippelmann. Ja, das sind noch viele Mädchen, die beleidigtst du damit garantiert nicht. Also, du unterstützt das quasi auch selbst. Finde ich gut. Ja, ist klar, Gronkh. Fängst wieder an. Ja, ich glaube, meine Shotgun wartet auf dich. Oh, ich freue mich schon auf deinen Nachbar. Ja, um spätestens zwölf muss ich da wieder aufhören. Nein! Geht ja online, bin ich aber leider sehr laut. Da bin ich sehr laut. Huch, wird es doch immer mal so dunkel hier. Ach, solltest du mal dein Headset leiser tun? Vielleicht hört man den Dennis auch einfach so. Okay, wo ist jetzt hier der Flugi? Da vorne? Wie kommen wir da nochmal rein? Ist es der gleiche wie beim letzten Mal? Da müssen wir theoretisch... Dann fahren wir dahinter. Also, auf die andere Seite davon. Willst du mir das mal markieren, Eden? Oh, hier ist auch ein Buggy, Alter. Sollen wir den nicht nehmen? Wer ist denn da schon wieder Schokolade heimlich? Wer knistert denn da? Guck mal, da müssen wir hin. Siehst du das? Oh, der Wagen sieht voll hässlich aus. Komm, spring drauf hier, Benni. Wir machen es anders. Ehrlich? Ja, klar. Ein bisschen Fun muss sein. Denk dann, dass mein teures Auto... Ja... Guck mal, wegspiel, guck mal. Ja, wie der aussieht wie so ein Clio sieht der jetzt aus hier. Mein schöner Wagen. Alter, warum... Was? Huch! Oh! Fängt er wieder an. Ey, das war keine Absicht, ich schwör. Komm, ich hol dich ab. Heidetraut hat Sarraza getötet. Oh, hier liegt da Geld. Aber ey, ich... Oh! Wichser. Tobi, nein, bitte nicht! Tobi, nein! Ich bin lieb! Tobi, ich bin lieb! Es war kein... Es war echt... Es war echt aus Versehen. Das sagt er immer, aber er ist ein Lügen bei oben. Ich find's ja süß, dass der Tobi sich rosa Knarren holt. Ja! Hast du gesehen mein Schafschützchengewehr? Ja, find ich irgendwie süß. Guck mal hier. Ja, geil! Du ziehst knallhart durch, ne? Nein, Tobi, nein! Ey, das ist mein Auto, bleibst du... ...und bleibst... ...und bleibst... ...und bleibst du jetzt aus, oder was? Ich wollte durch den Wagen. Das ist aber nett, dass die Vizurgen kommen. Wo bist du denn, Wala? Komm schon. Ich komm schon. Nee, der Currywurst ist zu gut schon. Ach, ist schon, der ist ja hellseher. Ja, beide haben eine telepathische Frage. Ja, hier ist wieder ein Wagen frei. Der ist ein guter Mann, der... Nee, Tobi, nee. Nee, mhm. Nein. Guck mal, komm, der hat nicht Geld. Das ist das, was ich dem Sarraza geklaut habe. Ich kann ja auch nicht. Ich stecke fest. Nein, der SMS, äh, der soll Heidefrau umbringen. Die ganze Folge, dann. Tobi, kannst du mich mindestens abholen? Der ist ja ein guter Kollege, der wird das machen. Wer denn? Nee, sag ich jetzt nicht mehr. Der Arme ist jetzt 30. Hättest du mal besser zugehört. Hättest du mal besser zugehört. Oh, ich mach'n Spagat. Was, was machen wir hier gerade? Wollen wir nicht Düsenjets organisieren? Ja, mit dem Quatsch. Es atmet wieder aus. Was machen wir denn mit dem Düsenjet? Was machen wir denn mit dem Düsenjet? Ich stelle mal mit dem Arsch gegeneinander und dann, ja. Retarded people, sonst komm. Der ist damals in der Schule, der Dennis. Ja, komm mal an. Hey, Lehrer! Ich weiß es! Ich schaff's in deinem Aufgabenheft. Wir fahren mal den Tobi hinterher, der kann das wenigstens. Meint ihr? Ich hole dich erst mal den Dennis ab. Weinst du? Ach, scheiße. Wo denn noch rum, wo einer... Oh, Tobi, ey. Oh! Huch! Oh, scheiße, ich hätte besser auch kein Quatt genommen. Ach, Quatt! Los, steck auf! Ist da eine Kiste? Ach, Quatt! Quatt! Dass du dich manchmal selber entträgst in der Hinsicht, ne? Ich wette, du stehst morgens mal vorm Spiegel. Guck mal, wie an... Das musst du gerade haben, Alter. Ja, da drauf sitzt. Oh! Alter, ich bin tot. Was war's denn gerade? Er kam mit John Rambo angefahren, ist da volle Kanne gegen so ein Militärwahl geflogen, Alter. Alter, ich hab's genau getroffen, ey. Ey, Alter, beheizt mir doch hier lang. Ich musste auf jeden Fall... Ey, das muss ich jetzt Lobo rauskriegen, ohne Scheiß. Habt ihr schon Sterne, oder was? Ja, ich hab zwei. Ach so. Niemals. Boah, der 616 ist ein cooler Typ. Danke 616. Wo ist denn Reshi jetzt? Voll nett von dir. Boah, ne. Das sah so geil jetzt aus, Alter. Das muss ich unbedingt mit slow motion machen. Der hat mir das Quad gebracht. Tobi, Tobi! Boah! Alter! Boah! Ich versuche euch mal irgendwie zu folgen. Wo seid ihr denn? Boah, der kann drauf springen, wenn er Bock hat. Wir sind hier oben irgendwo. Warte mal, Tobi! Oh, wir hätten die Kopf los. Boah! Wie geil das... Ey, wie geil das gewesen wäre. Seid ihr schon auf dem Feld, oder was? Ne, ne, du musst jetzt den Berg hier rechts hochfahren und dann quasi auf die... Boah! Boah! Alter, die kommen aber auch hier angebrettet. Alter, die fliegen mit nem Helikopter durch den Tunnel. Alter, das ist ne richtige Challenge. Hier mit dem... Mit dem... Ach, da seid... Ihr seid auf der Brücke. Was macht ihr auf der Brücke? Ja, wir wollen ja in die Militärbasis rein. Ach so! Ja, macht ja Sinn. Ich weiß nicht, ob das nur den Quatz klappt. Doch, das wär auch mal ne geile Challenge. Mit nem Helikopter durch den Tunnel hier. Boah, Alter! Mega Jump! Boah! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Geil! Mega! Bist du auf dem Militärstützpunkt? Also die Quatzen sind schon geil. Mach doch keinen Quatz! Die Rehchen! Bist du... Warte, bist du aus dem Tunnel gerade? Ja, ja, ich bin der... Ah, deswegen bin der Tunnelkeeper. Nein, nein, nein! Boah! Stell dir kurz, da hat mein Pimmel im Mund. Was? Oh, oh! Ah, Militärbasis! Boah, Polizei! Du bist doch ne Frau, Tobi! Ich hab auch... Also... Ich hab mich umoperiert. Ey, der Tobi hat auch Gefühle. Der Tobi ist L'Oreal London. Boah! Boah! Da kommt er wieder! Vorsicht, wenn der Saratze auf dem Block sitzt! Wenn der Saratze auf dem Block sitzt! Woll ich grad schon sagen! Was? Was? Woll ich grad schon sagen! Nein! Scheiße, das hat nicht gereicht! Es hat nicht gereicht! Ey, meinst du das mit dem Quad machbar? Scheiße! Was tippt ihr? Warte! Nein! Tobi, komm über die Rampe! Tobi, über die Rampe! Welche Rampe? Die hier? Ja, komm! Boah, die ist geil! Komm, Tobi! Zieh ab! Zieh ab, Tobi! Boah, Alter! Was ist hier los? Über den Jet! Hammer! Wow! Nein! Nein! Alter, niemals! Wo ist denn hier ein Jet, Tobi? Warte mal, fahr mal nach links! Da hinten in diese Hallen da! Warte, warte, warte! In diesen großen Hangar gleich! Die nächste rechts! Da steht einer! Bring du raus hier! Warte mal! Wer läuft denn da grad auf der Straße? Benni, bist du das? Nein! Bring mich zu dem anderen, bring mich zu dem anderen! Bist du auch hier? Bist du auch tot? Ah ja, ich bin auch, ich bin auch gerade! Ey, Benni, hast du das mit dem Quad geschafft? Nee! Das geht nicht, oder? Zu lang! Die Bullen haben mich vorher erschossen! Ich weiß, ich kann nicht sagen! Scheißendreck! Also, ich weiß es nicht! Heisenberg! Hoi, hoi, hoi! Probier's aber nochmal! Sag mal, wo wollen wir die Jets denn hinbringen, bitte, Freunde? Die müssen nicht irgendwie gegenüberstehen! Ja, es ist ganz, ganz egal! Hauptsache nicht auf dem Militärgelände bleiben, damit die, die nicht dauernd schießen! Cool, dann flieg mit dem irgendwo hin! Genau! Flieg mal irgendwo hin, wo ein bisschen freies Feld ist! Ich hab wahrscheinlich auch einen! Dann brauchen wir jetzt gar nicht mal aufs Militärgelände, dann kommt er gleich hin, oder? Okay, er hat doch keinen mehr! Okay, Heideltraut hat, ja! Jet minus eins! Ich hab einen! Ich hab einen! Einen haben wir! Walle, bist du auf dem Militärgelände? Nee! Vergessen mein Quad, krieg ich das nie hin! Oh, okay! Leider! Ich höre gerade eine Explosion ohne Ende! Aber es war loslich! Der holt uns vielleicht ab! Ich glaube ja! Wer ist das? Bestimmt Curry und Pandoria, wenn ich das so richtig sehe! Da ist auch wieder Reschi! Ey! Alter! Was ballert der denn so? Weil die ja über Polizeiautos langkommen auf einmal! Was auch! Ich steig mal bei der Reschi! Bei der Reschi! Alter, ich war gerade in diesem Sumpfgebiet, ne? Wie behindert das aussieht, ey! Das sieht total doof aus! Boah! Alter! Curry! Boah! Sieht das immer aus, wenn ich auf Toilette muss! Was? Currywurst oder? Nein! Ich will durch das Sumpfgebiet laufen! Achso! Alter! Ich muss da noch einen anderen Eingang geben, oder? Boah! Oder Freunde! Boah! Der Currywurst hat mich abholen! Es gibt wohl noch beim Haupteingang eine Möglichkeit über den Zaun zu kommen, aber ich habe es noch nicht hingekriegt, ehrlich gesagt! Weil ich kann jetzt kommen jetzt hier gar nicht weg! Kann man denn mit der Panzerfaust den Haupteingang nicht wegballern? Nein! Geht das? Ne, leider nicht! Boah! Wie logisch! Boah! Der Currywurst dreht wieder am Rad mit seinem Heli, Alter! Boah! Ich renne da jetzt einfach durch, oder? So! Na los! Na los! Na los! Na los! Na los! Schaffen wir es! Nein! Wir schaffen es wieder nicht! Nein! Kacke! Alter! Hier sind Panzer, die sie fahren dagegen! Alter! Was ist denn hier los? Scheiße, Alter! Die sind hier voll crazy drauf! Die Alchemisten haben es ja geschafft! Oh! Die haben jetzt eine Panzerkolonne! Alter, die Panzer fahren hier! Hilfe! Was ist hier los? Ja, was ist hier los? Alter, die Panzer sind gerade durch das Tor gefahren und haben mich tot gefahren! Boah! Die Panzer haben das Tor durchbrochen! Ohne Scheiße! Panzer fahren Menschen tot? Das kenn ich gar nicht! Wie freaky! Das Tor müsste jetzt auch sein! Ich hab den Currywurst mal! Ja! Wir sind drüben! Wir sind drüben! Wir sind schon wieder an der Wallachai irgendwo! Wir sind jetzt auf Militärgelände! Vier Sterne! Und ich bin gespannt, wie lange wir überleben werden! Nimm mich mit! Nimm mich mit der Mann! So, warte! Das Problem ist, ich kann ein Jet fliegen, aber landen wird natürlich wieder toll! Oh, wir sind ein Wanderer! Hi! Currywurst brinne ich auf dem Militär! Ohhhh, ich bin tot! Scheiße! Wer ist denn da mit dem Heli, äh mit dem Düsenjet? Ich, das bin ich, das bin ich. Willst du mich mitnehmen? Yeah, super! Reshy ist super! Reshy ist super! Ja, weil da nur einer reinfahrt. Ich mach dir eine neue Filmversorgung. Tobi, hol mich mal an mit dem Jet, bitte. Tut der jetzt so, als wäre der der weltbeste Programmer. Nein! Ich hab geübt ganz viel. Super so, ey. Yeah! Alter, wer schießt denn die ganze Zeit auf mich? Boah! Ich wollte gerade die ganze Zeit beschossen. Mein Jet ist vor allem im Brennen gerade. Shit! Ey, warum? Da sind so viele Helikopter. Da durften keiner noch so kommen. Ich hab wohl nicht glaubwissen meistern. Wo ist das Sehchen hier? Wo ist das? Wo ist er denn? Ich will einfach nur mitkommen, ja. Sag mal, denn da ist der Jet ganz oben. Ist du das? Ich bin da hinten, wo denn mein Spawns bei dem Sumpfgebiet, weißt du? Warte, ich hol dich ab. Ein sehr musikalisches Let's Play übrigens. Muss man ganz klar sagen. So hier, Kinders. Wo seid ihr? Wer ist denn da? Alter, was machst du da? Na, Alter! Der Jet ist im Arsch! Scheiße! Du hast ja keinen! Achso, mit dem können wir niemals über die Brüstung. Wirst du sehen, Junge! Er war im Arsch! Also der Jet! Wer ist das denn hier? Der Rishi! Den nimm wir auch noch mit, komm! Alle rein in den Party-Truck! Huch! Mein Rishi! Huch! Rishi! Aua! Ey, 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 ey! Alter, was ist denn hier los? Komm mal ab! Boah, krass! Scheiße! Willkommen bei Transformers! Wer läuft denn da? Ach, das ist ne Fahrrad! Du Grünen! Alter! Ach, Rishi hat dir was bestellt? Die fahren aber auch hier wie die Freaks, die Bullen. Ja, die sind... Unfassbar! Tod! Ich auch! Hey! Und ich steh auf einem Berg! Ein Berg voller Lieb! Der Berg hoch! Ach komm, steig nochmal bei Rishi ein! Komm, 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 komm! Schleck ein, steck ein, steck ein! Wer ist das denn hier? Also irgendwie wird die Folge wieder gar nichts gemacht. Wir kriegen keine Jets irgendwie, ne? Ich bin auf dem Militär, Luca! Ich bin auch drauf! Ich bin auch drauf! Geil! Und ich hab vier Sterne direkt! Aber es ist, es ist wirklich... Ich bin gerade gespawnt und hab vier Sterne direkt! Es ist aber wirklich, es ist wirklich härter geworden! Kann das sein? Weil GTA ein bisschen wünschen würde, dass man wie bei Battlefield einem Squad oder einem Crewmember nachjoinen kann, anstatt dass man irgendwo in der Pampa gespawnt wird, ganz ehrlich! Ja, das stimmt! Nimm mich mal jemand hier! Gubi, wo bist du? Ich bin gerade mit dem Sohn. Ich muss den leider töten, weil ich brauche mit dem Fahrzeug. So, schnell rein hier in die Karre! Komm schon, Mann! Gib Gas, Alter! Oh, mein Gott, ich bin auf dem Militär Flughafen! Hallo! 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 Ding, 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 ding! Ding, 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 ding! Ich zuf ich doch nur einen... Ah, da! Geil! Ich hab' den! Nein! Ich hab'n'n Jet! Boar, was ist denn hier los? Mich hat irgendwas in die Luft gejagt. Hat's gefiebt? Jetzt haben wir zwei Jets, oder? Ich glaube, die haben mich gerade mit dem Jet abgeschossen. Ja, mit dem Panzer hat mich abgeschossen und dann ist die Düse hinten ausgefallen. Ja! Juhu! Ich, äh, wo wir mal hinkriegen? Oh, zum Flughafen oder was? Zum Flughafen? Okay. Nimmst du mich mit? Nimmst du mich mit? Steigen Sie ein, Yoga-Man! Wir sind auf der Durchreise! Okay, dann auf zu den Jets. Markier ihm das mal, Heidi. Hatte ich, hab ich, hab ich schon, hab ich schon. Perfekt, am Ende leider. Aber ob wir mit der Karre da rüberjumpen können? Hm! Aber kriegt man am Flughafen nicht automatische Sterne? Wir müssen noch gar nicht mehr zu Flughafen, wenn wir zwei Jets haben. Haben wir zwei Jets? Haben wir zwei Jets? Ja, ja, klar. Dann haben wir gleich drei. Oh nein, wenn der Gronkh... Boah, ich werd' abgeschossen! Ich werd' abgeschossen! Ich werd' abgeschossen! Nein! Obwohl, mit Benni rede ich nicht mehr. Was, warum? Weil du mich kaputt gemacht hast. Was, kaputt? Ja, du hast mich... ...seelisch meint er, seelisch. Weil du aus deinem Liebesbrief nicht geantwortet hast. Gronkh hat das Spiel verlassen. Hey! Juhu! Nein, hab ich wirklich? Ja. Leck mich am Arsch! Ich hab' wieder'n Jet! Alter! Fick doch diese Scheiße! Ja, aber wir haben alle das Spiel verlassen. Ah... Was ist denn da noch schon wieder los? Und natürlich wieder abgeschossen von irgendwas. Und ich lade dich direkt mal wieder ein. Okay, ich flieg' ja so lange in die Sonne mit meinem brennenden Jet. Boah, so ne Kacke, ey! Guck mal, ob die Spieleinladung durchgekommen ist. Ja, wir brauchen mal richtig viel Platz. Ja, ja, ist angekommen. Ich versuch' grad zu joinen. So. Während ich in die Sonne fliege wie Top Gun. Hey! Das ist voll Top! Hey, das ist voll Top! Meinst du, wir schaffen das? Das sieht auch Hammer aus. Nee, Tobi, ich mach schon, ich mach schon. Okay, okay, okay. Oh nein! Ja, Mann! Nein! Nein! Hat er nicht geschafft. Wo ist denn das Röckchen? Ich wurde wieder von der Pandoria eingeladen. Der Chronkologe! So, ich bin mal gespannt. Das ist doch mega ätzend, dass ich ja dauernd den Connect verliere. Ich versteh' das gar nicht. Ja, bei deinem Internet halt, ne? DSL 1000, kein Wunder. Ja, ich wurde auch gedrosselt jetzt, weißt du? Ich hab' jetzt nur noch 2K. Die sind so oft gesagt, schmeißt das 56K-Modem endlich weg. Ja. Aber, was damals gut war, kann heute nicht schlecht sein. Never touch your running system since 86. Ja! Ja! Nein! Hey! Hey, der Witzka! Ich hab' noch mal was für die neuen... Die Sitzung, in der du beitreten möchtest, kann nicht kontaktiert werden. Hatte ich noch nicht den Fehler. Was neu? Echt mal was Neues. Die lassen sich was einfallen. Neue Features. Ey, die dachten, wir haben jetzt oft genug gebracht, die Sprüche. So, ich probier' noch mal dich einzuladen, aber ich muss jetzt gleich ein Jet hüpfen eigentlich. Eigentlich muss ich nicht, ich muss mich breit halten. Ja, warte, warte, bei mir wird grad GTA Online vertreten. Ich bin gespannt, ob ich überhaupt noch reinkomme. Aus hier, ich renne in... Oh nein, 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 nein. Alter. Ich springe in den ersten. Ich tue's wirklich, ich bin Psycho, ich weiß. Wie er mein Jet klaut? Wie er mein Jet klaut? Boah, was ist hier los, Alter? Ich klau' gar nichts mehr, Alter. Was geht denn hier? Hol' dir den Jet. Renn Forest, renn! Ich hole mir grad einen anderen, aber ich glaub... Ne, vergess es, Alter, das ist ja übertrieben. Das ist grad wie so'n Hörspiel. Ich hab' ja grad den Himmel und im Hintergrund immer... Hol' dir Jet, hol' dir Jet! Ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's! Alter, Wahnsinn. Warte, ich lad' dich noch mal ein, Gregor. Na, warte, GTA Online wird betreten, das dauert offenbar. Ah, okay, okay, shut. Ich fühl' mich auch schon ganz betreten, wenn ich das so sehe. Nein! Nein! Boah, das ist so krass. Ey, das ist überkrass. Wurde so weggeballert. Wahnsinn. Das ist gar nicht gut. Curry kommt hier und probiert's neu. Wir probieren's jetzt Schwung voll mit dem Helikopter. Das wär' super. Das wär' zweite Sahne. Wir brauchen jetzt noch einen Jet, oder, Freunde? Ne, wir haben noch zwei. Wir haben noch zwei. Ihr müsst eigentlich nur zum Flughafen kommen, oder sowas. Welchen Flughafen? Ne, warte mal. Welchen Flughafen? Den Flughafen oben. Den in der Wüste. Ah, 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 ah! Ey, du mit dem Jeep! Der ist gut, der ist gut. Auf'm Server ist hier grade... Auf'm Server ist hier grade... Das Puma Möwe 0067 aus der Crew Slay. Hat sich das gleiche Kürzel genommen. Puma Möse? Ja, ja, genau, ja. Ja, so hab ich's gesagt. Puma Möwe. Nein, Puma Möwe. Okay, ich hab dem Curry die Markierung gesetzt. Kannst du mich vielleicht noch mal einladen, wenn du Zeit hast? Also, einer von euch? Das wär' super. Nur, wenn du nicht fragst. Nur, wenn du nicht fragst. Hab ich doch grade. Bitte, es wär' sehr lieb. Ich bin schon dabei. Super, danke dir. Ach so. Der Pandora sitzt auch in dem Jet. Ich dachte, wir hätten ein A-Fahrzeug. Okay. Einladung gesendet. Spiel Einladung annehmen. Ich nehme an. Das wird bestimmt funktionieren. Alter Schwede. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was hier abgeht wieder. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, hier grad nicht so. Ich bin im Apartment. Ich bin hier mit dem Currywurst. Tobi, wie heißt denn der... Irgendwie Richtung Flughafen und dann die Furzposition für die Flieger. Ach, da muss ich ja wieder zu euch hinfahren. Willst du ja das Thema noch mal vertiefen, Gronkh. Boah ey. Was? Leute, es tut mir für alle Leute, die hier zuschauen, leid. Ja, also langsam wird's peinlich, Walle. Und wir übernehmen auch keine Arztkosten bei Psychologen. Welchen Flughafen denn der, ähm, dieser Sandy Shores am besten? Wo ist der denn? Ach da. In der Wüste. In der Wüste. Als ob ich das nicht weiß, ey. Boah Tobi, da muss ich ja voll weit fahren. Fünf Kilometer. Juh, ich bin wieder auf dem Server zum dritten Mal. Wir können da irgendwo landen. Warte mal, da vorne ist jemand. Wer ist denn das? Shit, hier sind überall Cops echt. Warum kommen da Cops? Wer hat die angelockt? Wir wahrscheinlich. So, ich nehme mal den Reishi mit. Ja, ich hab's geschafft zu landen. Einer steht safe auf dem Rollfeld. Sehr gut, Benjamin. Bei Sandy Shores oder was? Der ist ja schon mal die halbe Meter eigentlich. Benjamin. Benjamin. Du kleiner Elefant. Alter, es gibt's nicht, wie schnell die Cops hier wen umbringen. Aber wenigstens haben wir jetzt keine Agro mehr. Wie lange geht diese Folge eigentlich schon wieder? Ach, wir übertreiben wieder. 21 Minuten. Ach so. Na ja, das geht ja noch. Ach so, ja. Das ist ja wohl noch human. Für alle, die mal gerne zwei Stunden GTA am Stück wollen, äh, alle meinen Kanal abonnieren. Kauft euch GTA. Genau. Genau, das würde ich auch sagen. Genau. Kauft euch GTA. Das ist mal ne gute Alternative. Ich glaube die beste, wenn ich an Dennis' Kanal denke. Ach ja. Wie alle lachen außer Dennis. Weißt du, so typisches Playmassive Mobbing hier. Ach, ich mache da nur Spaß. Nee, du machst gar keinen Spaß. Du hast du beim Sony-Event alles um mich gesagt hast. Genau. Ja. Ja. Das ist übrigens der Heideltraut, den wir immer umbringen. Und die dann, ach das Opfer. Bei Sony weiß auch jeder Bescheid. Genau. Gib die Playsy wieder. Ja, ich hatte sie in der Hand und dann wurde sie mir einen Knallharten aus den Händen gerissen. Oh. Der hat... Nee, ey. So, ich düse jetzt mal zu euch zum Sandy Shores Flughafen. Oh nein. Die Bullen zerstören meinen... Oh Gott. Nein. 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 Ich muss flüchten. Benjamin. What are you doing? You listen. Benjamin. Benjamin, du drückst den falschen Button. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Alter, ey. Wie der alte CSL voll in Lachflaschen. Weißt du. War der so schlecht? Der war schlecht. Nun also, also. Wir müssten echt mal so einen Counter beim ganzen Let's Play einbauen. Wie bei South Park, wo die immer Scheiße sagen. Und dann zählen wir das mal. Alter, warum fällt der gegen mich? Ich hab den gar nichts getan. Und jetzt hab ich den Kopf am Arsch, weil ich mit dem Flugzeug daneben stand. Einfach nur ohne Sterne. Das passiert gerne mal. Ey. Wo ist denn der Tübchen? Tübchen, wo bist du denn? Du bist ein illegaler Danebensteher. Huch, hier bin ich Wolch. Ey, ich wollte mich extra nicht weit rumbewegen. Jetzt muss ich abflügen hier. Tobi, wo bist du? Okay, dann wollen wir mal. Ich bin am Sandyshow aus Flughafen gerade gelandet. Oh, da muss ich aber ganz schnell hin. Der Tobi ist da. Hoffentlich kriegt ein Autogramm. Ein Rabigramm. Ein Tobi-Gramm. Oh mein Gott. Der Heideltraut ist beim Sony Center rumgelaufen. Oh mein Gott. Aber was wirklich kein, warte ganz kurz, was kein Scheiß ist, dass es wirklich war. Beim Playstation Event lief einer die ganze Zeit mit einem Xbox One Schild rum. Oh. Der ist das die ganze Zeit in Luft gehalten. Das ist kein Quatsch. Ja, tolle Wurst, Alter. Finde ich irgendwie, finde ich irgendwie cool. Naja, ich finde das irgendwie, wenn man sonst nichts zu tun hat. Ja, bringt oder da gar nichts. Wen interessiert denn das? Ja. Ein richtiger Rebell. Ja, ohoho. Er hat die Weltmacht verändert. Auf jeden Fall richtige Flatulenzen. Also ich bin hier im Flieger, damit es sonst nicht zu langweilig wird. Flatulenzen ist doch der Bruder von Ingo. Wiii. Geil. Lenzen. Irgendwie machen wir kurz. Legameißen. Frankfurzer, ne Tobi? Hm? Was? Der Frankfurzer. Ja. Wo ist der Currywurst? Da wollen wir mal auf die Finger hauen, Alter. Tobi! Ich bin gelandet und der hat mich mit dem Little Bird abgeknallt, ey. Tobi, da bist du. Wieso warst du sowas? Mit der Rakete, ey. Das ist so zum Kotzen gerade. Wieso denn das? Also ein Jet steht da. Ist der im Arsch jetzt der Jet? Ja, ja. Tobi, komm. Ah, jetzt sind wir bei Bullen. Ihr müsst in der Nähe sein. Boah, mein Flieger raucht auch gut. Warte, warte, ich muss mich an der Currywurst lächeln. Warte. Palmall, oder? Okay, gar nicht. Ich unterstütze dich. Guck, er schießt schon wieder. Alter. Warte auf jetzt, Alter. So. Ich mach hier ein paar Loops unterdessen. Dauert okay. Deine Flugstunde. Ah, ich sehe schon einen Kriegplatz. Tobi, steck da ein. Wee. Was ist denn? In der Party, in den Shark Van. Guck mal, wie der Haider hier drauf ist. Tobi! Ich parke mal hier. Oh, oh, oh. Hey, seid ihr bescheuert. No risk of fun, no risk of fun. Ja. Wie geil. Du bist denn in der Seraza. Alter, bleib stehen. Ich mach hier die führten Flugmanöver. Scheiße, Tobi, ich hab's nicht gesehen. Was macht ihr denn da vorne? Wie die Tobi auszusehen, überfahren. Ups, Entschuldigung Officer, sie haben da was. Ach, da ist ja der Tobi, da sind ja alle. Hallo. Ja, das ist jetzt blöd mit dem Jet, ne? Das ist jetzt, ja. Kannst einfach mal so in die Turbine springen. Mach mal, mach mal, mach mal, ich stell mich mal mit dem Van dahinter. Mal gucken, was passiert. Du Jetter. Wer? Wer hat denn die Bullen grad am Arsch eigentlich? Jetzt müsste ich... Hä? Wer macht nix mehr? Wer? Wer denn? Ja, der Jet macht nix mehr. Nein. Ist der kaputt? Ne. Außer Betrieb. Wo war der Mechaniker? Weißt du Dennis, als du gerade dagegen gefahren bist, hast du ihm den Rest gegeben. Toll Dennis. Ist der kaputt? Toll Dennis. Na toll Dennis. Probier das mal aus. Toll Dennis. Der Grong steht doch gerade. Toll Dennis. Der Grong steht doch gerade. Der Grong steht doch gerade das schon. Brünnchen, steig doch mal in den Jet. Ja, da ist ja jemand drinnen. Da ist ja jemand drinnen. Der Tobi, ist der Tobi. Hat jemand Bock? Hat jemand Bock hier im Party-Event mitzufahren? Ich kann nicht mal einsteigen. Flugmanöver 27. Ich kann beim Jet nicht mal einsteigen. Hey, wie geht's euch? Ich würde sagen, der ist im Eimer. Ja, wir wollen ja nicht einsteigen. Neuer Jet. Ich glaube nicht. Du brauchst mal einsteigen geht noch. Hä? Ich konnte gerade nicht einsteigen. Einsteigen geht doch. Und passiert was Tobi? Nö. Okay, der Jet ist im Arsch. Ach, so ne Scheiße. So ne schäbige Scheiße. Und ich hab nur ein Propeller hier. Propeller. Oh, warte mal. Das ist die Currywurst. Do. Oh. Oh. Hast du ja auch geknallt. Ja klar. Wer hebt denn da gerade ab eigentlich? Wo seid ihr denn die kleinen Bitches? Hi. Tja. Puh. Das ist ja toll hier gerade. Boah. Boah. Yeah. Boah. Du bist gleich weg. Oh, Vorsicht. Ich hab so geile Flugmanöver gestartet jetzt schon. Currywurst wieder amok. Naja. Den hol den wir gleich. Komm Sarah, lande mal und hol uns mal ab. Kann hier, krieg ja keinen mehr rein, oder? Ist doch ein Einer, oder? Ne, da passen welche rein. Aua. 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 Ist das Ding im Hangar noch drin? Dann hol ich mir das mal. Juhu. Komm lande mal. Juhu. Juhu. Der Benni. Ist das der Benni da vorne? Ja, aber da ist nichts mehr. Geil. Was war das beste Landemanöver? Ah, die Kops, die Kops. Nein, jetzt hab ich die Kops am Arsch. Das war so ein geiles Landemanöver. Leute. Alter, Alter, Alter. Der Kops hat ein ganzes... Ah nein, das war ein Traum. Ach krass. Die Kops haben das Flugzeug weggeschoben und es hat explodiert. Und das andere Flugzeug brennt auch. Schön. Gronkh, Gronkh, Gronkh. Alles oder nichts. Was willst du machen? Willst du abheben mit dem brennenden Flugzeug? Rein da, rein da, rein da. Achso, falsche Seite. Komm, steig ein. Der steigt gar nicht ein. Der steigt bei mir gar nicht mehr ein. Hey, ich flieg mal das jetzt. Tobi, du hast nur einen Flügel. Hey, und kein Rotor mehr. Geil. Flieg los. Da fliegt jemand. Wer ist seit dir das? Huch, ich hab den Polizeiwagen aus Versehen geklaut. Oh. Was ist denn hier los? Karos. Aber echt mal. Aber echt mal. Wir wollten... Tobi, komm rein. Tobi. Oh nein. Alter. Boah. Boah. Tobi, steig ein. Komm rein. Nein. Ich vermisse die ruhigen Tage zu sehen. Wie er gestorben ist, als er die Abbrombe geschmissen hat. Weißt du? Wie er gestorben ist. So als er sagen wollte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein letztes Geschenk an dich denn ist. Komm, das bringt nichts, wo du hinrennst. Ja, ich dachte ich... Ja, ich weiß. Wer hebt den da ab? Wer hebt den da ab? Wir müssen auch wieder durch. Nee, die ist tot. Ich hab so eine geile Landung hingelegt. Ja, dann hol uns doch mal ab. Ja, ich war ja am Polizeiflieger im Weg. Daratzaa. Hol uns ab. Aber ein bisschen wirklich ist hier noch... Aua. Aua. Schade. Oh, ich hab einen Heli. Zu viel Show. Für meinen Geschmack. Leider. Was haltet ihr denn vom Helikopter? Brrrr. Die Challenge klappt super, ne? Die läuft mega. Boah, alt, alter. Was ist denn da los? Alter, auch ganz ehrlich. Das war meine Haftbombe. Ah, natürlich. So, drei Kops am Arsch. Jetzt reicht's. Heidi, ich komm gerne zu dir gelaufen. Komm sie rein, komm sie rein. Aua, auf jetzt her. Aaaaah. Was passiert denn hier gerade? Oh, ich bin tot. Flieg ohne mich. Ich bin tot. Was ist denn hier los? Man weiß es nicht, ja. Ich will ja nicht der Spielverderber sein, aber ich glaub das würden wir Folge nix mehr. Wir sollten das noch mal irgendwie koordinieren und dann in der nächsten Episode noch mal probieren. Ne. Oder vielleicht die Challenge für nicht machbar erklären. Ne. Ja. Aber ich glaube das ist schon machbar. Nein! Ich rette dich! Der zieht mich raus, der kleine Schnitzel! Ich schnack den kaputt! Super. Aua. Komm rein! Nein! Doof. Starte doch du dreckige Kiste! Aaaaah. Ich hab alles versucht, ich hab alles gegeben. Ich hab ihn warm laufen lassen. Aaaaah. Der Sitz ist doch so schön warm. Ja. Was er reingedönert. Natürlich. Das ist meine Sitzheizung. Aaaaah. Oh es riecht nach Per-Woll. Frisch gewaschen. Warte Benni, warte Benni, warte. Per-Woll würde ich das nicht nennen. Wer sitzt denn? Wer hat jetzt den Jet? Wer hat jetzt den Jet? Wer hat jetzt den Jet? Der Furz. Benni, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ich will auch, ich will auch, ich will auch, ich will auch, ich will auch. Wir können nicht mehr so lachen, oder? So, ich bin drin! Gib Gas! Komm, wir wollen dich, wir holen dich. Au, 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 au. In der nächsten Folge holen wir dich Heidi. Ich ho fale! Scheiße! Woah, noch mal. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich lass den echoey positionieren. Oh mein Gott. Okay, in der nächsten Folge. Tschüß. Tschüß! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. mãe,on, mein,on. Alter, ich glaube nicht. Im hintergrund donnern gerade die Raketen. Sieht man nicht wegen des Endscreens, schade. Aber, wird auf jeden Fall lustig in der nächsten Folge. Vielleicht schaffen wir da mal irgendwas. Tschüs. Ja, achso, ich dachte, jetzt kommt noch was Tolles Ne, ist durch die Nummer für heute Ist einfach durch, schade Arrivederci Ciao Marco, ciao Ciao Marco Ciao Marco Ciao Marco Ciao Sing, wenn du einsam bist Ciao Marco Ciao Sing, wenn man dich vergisst Ciao Marco Ciao Singe für uns dein Lied Das Leben ist eben nicht immer leicht Weil man sein Ziel nicht gleich erreicht Der Himmel wird immer mal wieder blau Ciao Marco Ciao Ciao